Alexa, ruf den Weihnachtsmann an. Ich rufe den Weihnachtsmann an. Ja, du hast die richtige Nummer gewählt. Hier ist der Weihnachtsmann. Ich bin gerade vor dem Haus und schippe Schnee. Hier am Nordpol hat es mal wieder ganz kräftig geschneit. Später bin ich sicher wieder erreichbar. Ruf doch einfach noch einmal wieder an. Alexa, ruf den Weihnachtsmann an. Der Weihnachtsmann wird angerufen. Hallo, hier ist der Weihnachtsmann. Heute war schon ganz schön viel los. Ich habe die Geschenkemaschine repariert und musste Geschenkepapier Nachschub besorgen. Jetzt ruhe ich mich gerade im Sessel vor meinem Kamin aus und kann daher leider nicht ans Telefon gehen. Probiere es doch später noch einmal. Ich habe die Geschenke, 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 die